Ich grüße euch meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer Neuigkeit hier auf der Ares Eye Seite. Die meisten von euch werden es schon mitbekommen haben, es gibt ein neues Konzeptschiff und zwar die Crusader Ares oder Ares oder Ares, wie auch immer. Wir werden es im Laufe der nächsten Tage richtig aussprechen lernen. Entschuldigt mich ein bisschen, ich bin ein bisschen erkältet, deswegen klinge ich ein bisschen rauer als sonst, aber vielleicht ist das ja auch ganz sexy. Man weiß es ja nicht. So, und ab und zu werde ich halt den machen müssen hier. So, also trotzdem wollte ich euch das hier nicht vorenthalten. Hier vor 22 Minuten kam das Ding rein und wir schauen uns das Teil mal an. Und ich muss wirklich gestehen, ich finde Crusader Industries haben einfach ein fantastisches Design. Ich finde diese Schiffe einfach richtig cool. Ja, ich bin ja ein Riesenfan von der Mercury Star Runner und das Ding ist ja geil, muss ich wirklich sagen. Auch wieder so leicht asymmetrisch und wie ihr es schon seht, es hat eine Waffe und da komme ich gleich zu. So, fangen wir mal hier oben an. Also, wir haben zwei verschiedene Ares. Ich nenne sie jetzt mal einfach Ares. Ja, einmal die Ion Variante und einmal die Inferno Variante. Ihr seht auch gleich den Unterschied. Das eine Ding hat eine fette Gatling dran und das andere hat einen Laser Cannon hier vorne dran. So, wir gehen mal weiter runter und sehen wir jetzt auch noch mal ins Highlight gesetzt. Leute, das sieht doch geil aus, oder? Das ist schon echt ganz cool. So, und hier sehen wir so ein bisschen die Stats von dem Teil. Wir haben eine Laser Waffe, also einmal Size 7. Wenn wir hier umschalten, haben wir eine Ballistik Gun, auch Size 7. Und das Ding ist schon echt ein richtiger Trümmer. Also, das macht ordentlich Schaden. So, dann haben wir noch viermal Size 5 Missiles an Bord, zweimal Heavy Arme, also zweimal Size 2 Schilde. Ich glaube, die Ion hat sogar drei, genau. Die unterscheiden sich da leicht. Und wir haben hier zweimal Size 2 Powerplans. Und hier haben wir nur einen. Wahrscheinlich hat das auch was mit der Waffe zu tun. Ich weiß es nicht. Die genauen Stats werden natürlich erst feststehen, wenn das Ding dann irgendwann mal live geht. Das ist ja erst nur ein Konzept. Und hier steht noch ein bisschen Information. Es geht so ein bisschen darum, dass die Piraterie sich nun in Acht nehmen soll, denn nun kommt die Ares daher geflogen. Und macht es alle fertig. So, dann kriegen wir eine schöne Broschüre noch mit. Können wir hier mal ganz kurz reingehen. So, könnt ihr euch auch downloaden. Dann kann man es hier so wunderschön virtuell umblättern. So, wer Englisch kann, ist klar im Vorteil. Der kann das alles mal lesen. Hier haben wir tolle Bilder vom Innenraum, die Karte, Crusader Industries. Und man erkennt natürlich auch sofort den Style Guide. Gerade hier bei der weißen Version, bei der Ion, erkennt man die Star Runner natürlich sofort. Ja, ich muss allerdings, eigentlich finde ich das Weiße hier ganz geil. Muss ich wirklich sagen. Hier ist auch noch mal der Tank vorne. Ja, hier Chaos, dein Tank. Ne, hier. Was steht da? Bane to Kill. So, so. Aber Freunde, ich muss bei der Variante wirklich gestehen, ich finde die schwarze Version richtig geil. Erstmal bist du sowieso ein Gatling-Fan. Ja, dann auch dieses Wabenmuster mit diesen roten Akzenten. Das sieht, ich finde, das Ding sieht richtig gut aus. Ne, richtig geil. So, hier noch mal im direkten Vergleich von vorne, von oben. Ja, die unterscheiden sich eigentlich wirklich eigentlich nur von der Farbe von so ein paar Stets. Ne, auch vom Seitenprofil gefällt mir das Ding richtig gut. Ne, ah ja. Hier haben wir noch mal alles in der Übersicht. So, schauen wir mal grob drüber. Ja, klar, es ist alles Medium. Ne, ich glaube sogar, es soll ein Heavy Fighter sein. Dann könnt ihr mich natürlich gerne korrigieren, falls das jetzt nicht stimmt. Aber ich meine, das soll sein. Ich meine, Medium ist natürlich auch schon eine Ansage. Okay, ja. Hier Heavy, ne? Ne, Heavier. Na gut. So, und wir haben 14 Manövertriebwerke, zwei Retro-Thruster, zwei Haupttriebwerke. Das haben wir auf der anderen Seite auch. Dann haben wir hier zwei Batteries. Da haben wir nur eine. Das haben wir ja gerade schon gesehen. Was ein noch interessantes ist, Schildgeneratoren haben wir auf der einen Seite auch drei. Hier haben wir zwei. Gut. Soweit. Blättern wir mal weiter. Oh ja, war es auch schon. Na gut, dann machen wir das Ding wieder zu und kommen letztendlich zum interessanteren Teil. Hier sind noch ein paar Bilder. Die habt ihr aber in der Broschüre auch. So, jetzt kommen wir hier zum Plätschbereich. Wir haben jetzt einmal die Auswahl zwischen zwei Varianten. Die hat der Ion und der Inferno. Da geht es wirklich aber, glaube ich, echt nur darum, was ihr lieber mögt. Mögt ihr lieber die weiße Version? Es gibt dann noch mal hier so Farbvarianten. Ja, so, aber die ist dann noch mehr weiß. Ja, da können wir mal raufgehen. So, die ist dann wirklich so rein weiß. Ja, wer so auf, ja, sowas steht, der sollte hier zuschlagen. Allerdings gibt es, jetzt muss ich erstmal hier so wieder zurück. Ja, weil es gibt ja immer noch kein Backbutton, wenn man direkt über das, hier, über den Launcher geht. Ja, ist ein bisschen doof. Diese Farbvarianten, in Anführungsstrichen, gibt es allerdings nur als Warbound. Das heißt, ihr müsst die mit frischem Geld komplett bezahlen. Ja, wenn ihr sagt hier, ich möchte gerne schwarz-grau Variante oder komplett weiß Variante, dann müsst ihr das wirklich mit frischem Geld bezahlen. Wenn ihr sagt, ich möchte das sowieso mit frischem Geld bezahlen, dann könnt ihr natürlich auch die normalen Warbound-Geschichten euch holen. Habt dann dafür eine Lifetime-Insurance mit inklusive, da wir ja hier ein Konzeptverkauf haben. Die bleibt euch auch erhalten. So, und ihr könnt aber auch das Ganze einfach mit Stalkredits bezahlen. So, das kostet dann ein bisschen mehr. Also 30 US-Dollar um den Daumen gepeilt kostet dann mehr. Und da habt ihr dann aber nur sechs Monate, ja, Versicherung. Was ihr aber auch machen könnt, ja, also, ja, bleiben wir erstmal hier oben. Was ihr auch machen könnt, ist natürlich ein Schiff einschmelzen. Nein, Quatsch. Upgraden. Das wollte ich sagen. Dann geht ihr, habe ich euch ja mal schon mal gezeigt, hier oben in den Account, geht unter My Hangar, geht dann hier unter Ship Upgrades. Und dann könnt ihr euch zum Beispiel ein Schiff suchen, was zum Beispiel schon eine Lifetime-Insurance hat. Oder zum Beispiel hier die Pices, ja. Die Pices, wenn man sagt, komm, das Ding habe ich mir jetzt einfach mal so geholt, aber eigentlich gefällt mir die gar nicht. Die hat jetzt zum Beispiel eine, diese, diese hier Expo-Insurance von zehn Jahren, was einer Lifetime-Insurance ja schon relativ nahe kommt. Dann könnt ihr die anwählen. Sucht euch hier dann auf der Seite das Schiff eurer Wahl. Hier, wie gesagt, gibt es diese Farbvarianten nicht. Da gibt es nur die Standard, einmal die Ion und einmal die Inferno. Klickt die an und seht dann den Differenzbetrag, den ihr dann bezahlen müsst. So könnt ihr praktisch das Ding upgraden und dieses Schiff erhält dann praktisch automatisch die Versicherung von dem hier. Also dann die zehn Jahre. So. Dann gehen wir mal wieder hier zurück. Auf die Seite. Hier nochmal ganz runter. Zack. So, und dann gibt es natürlich auch noch Pakete. Die gibt es ja immer. So, und dann gibt es hier zum Beispiel die, äh, Guardians-Pack Warbound. Können wir hier mal kurz reingehen. So, da ist dann eine Crusader Aris Ion drinne, eine Inferno, also beide, ja. Eine Hammerhead, eine Retaliator-Bomber, eine Lifetime-Insurance, Crusader Aris, dieser Skin ist da mit drinne, also beide Skins da mit drinne, und ein Hangar. Genau, müsst ihr aber auch, wie gesagt, mit Echtgeld bezahlen. So, gut. Dann gehen wir nochmal zurück. Ich würde mir einen Back-Button wünschen. Ne, es geht auch leider nicht mit Backspace oder sonst was, man kommt einfach nicht zurück. Ne, gut. Dann gehen wir mal hier rein in das Dauntless-Pack. Ich sagte, wir gehen mal hier rein. So, da haben wir dann auch einen, den Crusader Aris-Skin, den Crusader Aris-Inferno-Skin, die Hammerhead, den Retaliator-Bomber, die Lifetime-Insurance und den, äh, den Industrial-Hunger, ja. Ja, und hier, äh, bin ich mir jetzt gar nicht so sicher, hier steht jetzt nicht Warbound, deswegen denke ich mal, wenn ihr dat, hier könnt ihr sogar mit Store-Credits bezahlen, dann müsst ihr vorher Sachen einschmelzen und könnt das da dann bezahlen und habt dann trotzdem eine Lifetime-Insurance. Wenn ihr zum Beispiel sagt, ach komm, ich hab die Retaliator schon, ich hab die Hammerhead schon, die haben beide sechs Monate, schmelzt die ein, nehmt das Geld dafür und holt euch dieses Package. Ne, dann habt ihr noch die, die Ion und die Inferno und sogar für alles dann noch eine Lifetime-Insurance-Beispiel, ne. So, dann gucken wir mal das letzte noch, ach so, ich sehe gerade, das ist natürlich ein Shermans-Club-Angebot, das heißt, das könnt ihr nur machen, wenn ihr über 1000, äh, Euro geplätscht habt, glaube ich, oder mittlerweile sind es, glaube ich, 700, ne. Könnt ihr mir ja nochmal in die Kommentare schreiben, ab wann man Sherman-Mitglied ist, dann habt ihr, erst dann habt ihr dieses Paket. So, ich muss mal ganz kurz gucken, ob, ähm, diese ganzen Pakete, die jetzt da unten sind, alles Shermans sind, da hab ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Ja, doch, das ist auch Sherman und das ist auch Sherman, das hier aber nicht. Ja, das müsstet ihr auch, selbst wenn ihr kein Shermans-Mitglied seid, äh, müsstet ihr darauf plätschen können, ne, also das müsstet ihr dann sehen. So, das ist allerdings wieder Warbound, das müsst ihr mit frischem Geld bezahlen, da habt ihr dann aber alles, beides drin, plus die Skins, also praktisch alles, was ihr da oben einzeln kaufen könnt, habt ihr dann hier zur Verfügung. Und die Skins könnt ihr dann, denke ich mal, später draufwerfen und runternehmen, ne, wie ihr das möchtet. So, das war der eine Punkt, der wichtige Punkt und wo wir auch schon mal da sind, wir warten ja immer noch heiß ersehnt auf das PTU, der 3.8 und ich bin mir noch nicht sicher, ob ich am Samstag ne Worst News raushaue. Das kommt so ein bisschen darauf an, ob die 3.8 und wann die 3.8 ins PTU kommt, denn die Zeit, die ich natürlich für die Worst News investieren würde, würde ich dann viel lieber ins PTU investieren. Deswegen werden Sachen so häppchenweise kommen und, äh, mal schnell über den Daumen gepellt. So, und hier ist auch schon das, was ich euch noch zeigen wollte. Es gibt nämlich die neuen Subscriber, äh, Promotions. Das sind, äh, praktisch die Sachen, die die Subscriber, also die Leute, die 10 Euro im Monat oder auch 20 Euro im Monat spenden, dann jeden Monat bekommen. Und es gibt wieder T-Shirts. Die einen oder anderen, äh, wundern sich so ein bisschen wahrscheinlich, dass es keine, äh, Flight Suits mehr gibt oder mal eine schöne, äh, schöne Rüstung oder sowas. Aber das hat ja CRG bewusst mal gesagt, dass sie das nicht mehr machen wollen, dass sie bei den Subscriber Promotions eigentlich nur Sachen vergeben wollen, die keinen Spielevorteil bieten, wie zum Beispiel eine Waffe oder sowas, ne? Aber wie gesagt, seitdem gibt's halt auch nur noch so T-Shirts und Sonnenbrillen, so ganz tolle, ne? So, auf jeden Fall gab es diese T-Shirts, die ich echt ganz cool finde. Und das Geile, was man jetzt hier nicht sieht, ist, die sind sogar animiert. Zumindest manche, ja? Das Big Benny, das, das flippt dann immer so hin und her, so. Das ist echt ganz cool. Ich zeig euch das irgendwann auch nochmal ingame. So, und hier sehen wir die ganzen, ja? Und hier sehen wir einmal das Pack, was die, äh, die, ähm, Centurions bekommen. Das sind die, die 10 Euro spenden jeden Monat. Und dann gibt es hier das Pack, was die zusätzlich noch die Imperatoren, die 20 Euro spenden. Ja, die kriegen dann alle 6 von den T-Shirts. So, dann gibt's hier noch das Schiff des Monats, was ihr einfach fliegen könnt, jetzt für den Januar aus. Aber das wissen ja auch die meistens schon. Das ist die 890 Jump von Origin Jumpworks. Und dann gibt es hier unten natürlich noch verschiedene andere Pakete. Wie auch die Anvil Aerospace Terrapin für Subscriber. Die gibt's jetzt diesen Monat auch zu kaufen, ne, zu plätschen. So, das war's eigentlich schon. Das wollte ich euch nur kurz mitteilen. Und, äh, ich find das Schiff richtig cool. Ich hab mich da sehr drüber gefreut. Und ich, mittlerweile muss ich wirklich sagen, dass Crusader und Crusader Industries, dass diese Schiffe wirklich fast zu meinen Lieblingsschiffen tendieren. Ich find das Design einfach tippitoppi. Okay, Freunde, das war's. Ich wünsch euch ein schönes Wochenendabschluss, Freitags, Arbeitsding. Ihr wisst, was ich meine. Macht's gut. Tschüss.